Um eine Immunität gegen Viren aufzubauen, gibt es verschiedene Impfstoffvarianten. Bei der Impfung mit einem Totimpfstoff mit Virusproteinen werden dem Patienten inaktive Bestandteile des Virus injiziert. Ausgangsmaterial ist beispielsweise das SARS-CoV-2-Virus selbst. Dieses wird vorab zerstört oder zerkleinert und dann als Impfstoff vorbereitet. Der Patient bekommt also zerstörte und damit ungefährliche Viren injiziert. Trotzdem erkennt der Körper darin einen Eindringling und bildet Antikörper aus. Beim Vektorenvirenimpfstoff werden aktive, aber harmlose Viren als Transportmittel benutzt, sogenannte Vektoren. Im Labor verändern Forscher diese Viren, indem sie Gene für Oberflächenproteine von beispielsweise SARS-CoV-2 einfügen. Diese neun Viren sehen also nach SARS-CoV-2-Viren aus, im Inneren sind sie aber harmlos. Diese harmlosen Viren werden jetzt gezielt in die Zellen transportiert und lösen eine Immunreaktion aus. Unsere Immunabwehr erkennt die Oberflächenproteine von SARS-CoV-2 und bildet entsprechende Antikörper. Bei der Impfung mit einem genbasierten Impfstoff mit mRNA lässt man den Körper selbst SARS-CoV-2-Proteine produzieren. Dafür spritzt man ihm die Bauanleitung, also die mRNA. So können unsere Körperzellen dann Oberflächenproteine wie von SARS-CoV-2 produzieren. Diese Proteine sind für den Menschen ungefährlich, werden vom Immunsystem aber als Eindringlinge erkannt. Der Körper reagiert mit der Bildung von Antikörpern und bildet so eine Immunität. Um eine Immunität gegen Viren aufzubauen, gibt es verschiedene Impfstoffvarianten. Bei der Impfung mit einem Totimpfstoff mit Virusproteinen werden dem Patienten inaktive Bestandteile des Virus injiziert. Ausgangsmaterial ist beispielsweise das SARS-CoV-2-Virus selbst. Dieses wird vorab zerstört oder zerkleinert und dann als Impfstoff vorbereitet. Der Patient bekommt also zerstörte und damit ungefährliche Viren injiziert. Trotzdem erkennt der Körper darin einen Eindringling und bildet Antikörper aus. Beim Vektorenvirenimpfstoff werden aktive, aber harmlose Viren als Transportmittel benutzt, sogenannte Vektoren. Im Labor verändern Forscher diese Viren, indem sie Gene für Oberflächenproteine von beispielsweise SARS-CoV-2 einfügen. Diese neun Viren sehen also nach SARS-CoV-2-Viren aus, im Inneren sind sie aber harmlos. Diese harmlosen Viren werden jetzt gezielt in die Zellen transportiert und lösen eine Immunreaktion aus. Unsere Immunabwehr erkennt die Oberflächenproteine von SARS-CoV-2 und bildet entsprechende Antikörper. Bei der Impfung mit einem genbasierten Impfstoff mit mRNA lässt man den Körper selbst SARS-CoV-2-Proteine produzieren. Dafür spritzt man ihm die Bauanleitung, also die mRNA. So können unsere Körperzellen dann Oberflächenproteine wie von SARS-CoV-2 produzieren. Diese Proteine sind für den Menschen ungefährlich, werden vom Immunsystem aber als Eindringlinge erkannt. Der Körper reagiert mit der Bildung von Antikörpern und bildet so eine Immunität. Um eine Immunität gegen Viren aufzubauen, gibt es verschiedene Impfstoffvarianten. Bei der Impfung mit einem Totimpfstoff mit Virusproteinen werden dem Patienten inaktive Bestandteile des Virus injiziert. Ausgangsmaterial ist beispielsweise das SARS-CoV-2-Virus selbst. Dieses wird vorab zerstört oder zerkleinert und dann als Impfstoff vorbereitet. Der Patient bekommt also zerstörte und damit ungefährliche Viren injiziert. Trotzdem erkennt der Körper darin einen Eindringling und bildet Antikörper aus. Beim Vektorenvirenimpfstoff werden aktive, aber harmlose Viren als Transportmittel benutzt, sogenannte Vektoren. Im Labor verändern Forscher diese Viren, indem sie Gene für Oberflächenproteine von beispielsweise SARS-CoV-2 einfügen. Diese neun Viren sehen also nach SARS-CoV-2-Viren aus, im Inneren sind sie aber harmlos. Diese harmlosen Viren werden jetzt gezielt in die Zellen transportiert und lösen eine Immunreaktion aus. Unsere Immunabwehr erkennt die Oberflächenproteine von SARS-CoV-2 und bildet entsprechende Antikörper. Bei der Impfung mit einem genbasierten Impfstoff mit mRNA lässt man den Körper selbst SARS-CoV-2-Proteine produzieren. Dafür spritzt man ihm die Bauanleitung, also die mRNA. So können unsere Körperzellen dann Oberflächenproteine wie von SARS-CoV-2 produzieren. Diese Proteine sind für den Menschen ungefährlich, werden vom Immunsystem aber als Eindringlinge erkannt. Der Körper reagiert mit der Bildung von Antikörpern und bildet so eine Immunität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017